Das Weiße Haus, Part 14 Ok, wo sind wir jetzt gelandet? Das sieht ziemlich geil gemacht aus Ich dachte wir sind schon im Weißen Haus, naja gut Was sind denn die Gegner? Cool Oh, tschuldigung Kann ja schon mal passieren, ne? Ach das, ok, die Gegner müssen wir im Weißen Haus Geh, ich nutze mal diesen äh, Kampuzentan Spot als Deco Achso, ich muss da hin, ok Runter, runter, runter Na warte, ich koche mal schnell den Sound an, der ist ein bisschen laut Moment Ok, hier bin ich wieder Schnell, schnell, schnell Hä? Hä? Achso, ich muss mich da vor Achso, ich dachte das sind wir ein Verbündeter Ich muss mich da also vorkämpfen, ok Ok, aber das konnte ich nicht wissen Na gut Na kommts her Ach Hilf euch Ach Ich muss besser aufpassen, sonst Was ist endlich noch als Äh Durchlöchter Durchlochter Käse Na komm her Oh ne Granate weg, 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 weg So schmeißt man Granaten Von mir kannst du was lernen Wow, ok Ist noch zu früh, um da rein zu marschieren Ich muss noch ein bisschen Die Feinde ein bisschen ausschalten Na komm her Was? Was? Achso, der ist schon tot Na dann So, wie gehts denn jetzt da rein? Ah, geht nicht vor dazu, ne? Achso, spür ich jetzt den Dunn oder was? Nö Na kommts Sind noch Feinde irgendwo? Oh, schnell weg Ich muss besser aufpassen Was? Ah, du da Sag doch, dass du hier bist Na kommts her Ah, ah, ah Weg, weg Was ist das für ne Waffe? Ah, die scheint gut zu sein Ich glaub die nehm ich mal für ne längere Zeit Was? Der quatscht da aber auch ne Pausen los, ne? Das sollte der Let's Player werden, so viel wie der quatscht Der hat auch nicht mal auszuquatschen So, wir werden heute die russische Armee aus der USA vertreiben Hö, höh, höh, hö authorization Dafür haben wir spezielle Geräte entwickelt So weit, so gut Mit diesen Waffen können wir Feinde im nur strax illuminieren ohne ernsthaft uns in gefahr begeben zu müssen man schießt ich teste das mal mit diesen licht dings da und zwar wie sieht man den feind an und schießt drauf und das fügt den gegner immensen schaden zu dass man ihn töten kann ja das ist meine neue entwicklung danke meine damen und herren es freut mich und unterzeichnen noch schnell dieses betischen gegen akte und dann sehen wir uns bald wieder bis dann hallo gegner gegner okay ach nee muss man es wieder durchschlagen mit diesem konferenz raum da kommt er hey könnte ich nicht sind sie der präsident ich brauche bitte einen report über sie was halten sie von der krise hier dass russen in der usa gelandet sind hallüchen habt ihr mich vorhin getötet was das ist los dunn du zitterst ja ist ja kalt dunn ist kalt leute hat seine decke dabei ich schmeiße nur eine blendgranate war eine gasgranate schießt eigentlich mit mir die wand daher nicht naja ja aufzuquatschen du versaußt mir meinen part was ist das ein bug oh sorry dunn ach endlich hat aufzuquatschen das hat der mann ich meine jetzt hast du so so lange quatscht ja kein mensch an einem stück und wir schmeißen hier überhaupt die granaten überall rein was soll ich machen es quatscht ja immer noch am laufenden band wie spät ist es denn zehn nach zehn so spät ist es bei mir gerade in real ne vier nach zehn sagen wir es so vier nach zehn abends also die uhrzeit passt ne das war ein zufall ach halt doch die fresse ich hätte gerne ein hamburger bitteschön so hier ist für mein ketchup ist es nicht was sind das kartoffeln das kartoffeln orangen ach so weil ich meinen orangenen burger so was essen im kühlschrank ich will mich wohl von hinten angreifen was hallöchen ey leute leute bleibt doch ruhig so okay was wo geht es denn hier jetzt lang ja wir haben ja zeit wir haben ja zeit okay so mal schauen ok leute hier sind wir hier haben sie uns entdeckt wo ist andere der redet ach da wie eine auf auf mit ich wie ich